Die neue Platte heißt Cause for Conflict. Der Unterschied zur letzten Platte, Renewal, steht eigentlich darin, dass wir 1992 auf Renewal eigentlich ein bisschen mehr unsere experimentelle Phase ausgelebt haben und auf den Momenten wieder zurück in die mehr direkte Art der Musik gehen. Die Platte ist deshalb so aggressiv ausgefallen, weil sich bei Crater in den letzten zwei Jahren viel an Aggression und Wut aufgestaut hat. Das hat damit angefangen, dass wir Probleme mit unserer alten Plattenfirma hatten, dass wir da einen Wechsel vollzogen haben von Noise Records auf Gun Records. Und ja, wir fanden einfach mal wieder, dass es Zeit ist, eine Platte zu machen, die aggressiv klingelt und sehr brutal nach vorne geht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank.